Hallo, ich bin Uschi Knieling, ich bin Azubi Airthunter und ich wurde ausgewählt beim Jimdo Kick-Off und ich habe gewonnen. Ganz besonders freue ich mich, dass mein Business die Riesenbühne von der Allianz Arena bekommt und jetzt freue ich mich auf ein richtig spannendes Spiel zwischen FC Bayern und RB Leitzsch. Also Dankbarkeit als aller erstes Mal, ich bin unglaublich beeindruckt, ich bin fasziniert, weil da unten steht gerade mein Name, da unten steht er, Jimdo, ich bin die allerglücklichste. Es ist so toll! Und dieser Tag, das war einfach der Hammer. Es war wie ein Traum und ich danke einfach Jimdo, dass ich diesen tollen Tag erleben konnte. Danke!